Meine lieben White Love Bug Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und Willkommen. Hier suhlen sich die... Oh, das tut gut. Mehr Artgenossen können wir aktuell nicht, weil das sind Blätter. Ich wusste, die wollen irgendwann noch Gräser. Daran habe ich mich irgendwie erinnert. Das heißt, die kriegen jetzt noch ein paar Gräser. Das sind Gräser, stellen wir da auch noch rein. Wuppti wappti. So, mach das mal voll, Kollege. Und dann, dann stelle ich dich, dich stelle ich jetzt mal, genau, du machst das voll. So, ich stelle dich jetzt nämlich mal, Kollege, dich stelle ich jetzt mal hierhin. Vielleicht kommst du dann in beide rein. Moment, ist das Tor da mit drin? Wo ist der? Hallo? Wo ist du jetzt? Hallo? Ja, das Tor ist eigentlich mit drin. Das Tor ist mit drin. Er müsste theoretisch jetzt für beide irgendwie sorgen. So, was ist das jetzt hier? Ist ausgetrocknet. Du wolltest aber Savannengras, ne? Ja, du bist dann auch bei der Inselmission, ne? Da war alles vor einem Absteppen hier, ne? Am Versteppen, das ist jetzt hier das Gleiche. Wir machen jetzt nochmal hier Savannengras. Savannengras. Wodurch eine Ausgabesperre verhängt wird. Du kannst erst wieder Tiere kaufen mit mehr als Null. Okay, ja, ich glaube, diese Mission wird es richtig in sich haben, liebe Leute. Denn, ihr seht, wir sind jetzt schon mit, äh, mit 2000 Pfeifen pleite. Ne? Und, ähm, okay, die Jungs sind einsam. Aber, ne, pass mal auf, Freunde, ich kann hier nichts machen, ne? Ganz kurz mal schauen. Ein, eine, eine Pfeife eintritt ist angemessen. Uh. Ja. Ja, da müssen wir erst mal ein bisschen warten, liebe Leute, ne? Wir gucken mal ganz kurz, wo wir noch was optimieren können. Das Ding ist halt, ich darf halt keine... Darf ich denn Savannengras noch kaufen? Ja, Savannengras darf ich noch kaufen. Fum, dum, 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 dum. Okay, die Jungs sind einsam, da kann ich aktuell nichts dran ändern, ne? Mehr Artgenossen, wie viel bräuchtet ihr denn theoretisch? Herdengröße 8. Wir müssen eh 15 klar machen, ne? Insofern, vielleicht poppen die sich ja das eine oder andere, wir wissen es nicht, ne? Das war 2400, mhm. Das macht mir alles ein bisschen Sorgen. Der Opa, etwa, hier ist ein Ding, hast du ein Loch im Schädel, oder was? Ah, wo ist unser Müllmann? Kollege, kommst du da noch lang? Ah, da kommst du lang. Du bist ja wohl, ne? Opa, mir geht's prima, Rentner, ja, super, ey. Na gut, pass mal auf, müssen wir eh machen. Dann stellen wir hier noch so auf einen halben Weg, mach mal hier nochmal einen kurzen Mülleimer hin, so einen halben Weg, ne? Alter, der Müllmann ist gut, der hebt das auf, das ist eine prima, prima, gute Sache. So, hab den Opa gesehen, ey. Oder ein Stück, der die Flasche tragen muss, du Pille, Mann, du, ey, unglaublich. Naja, gut, okay. Jetzt müssen wir ganz gewissen, das ist auf 2439, oh Gott. Ja, mit den Papiseten, wie soll ich denn da was machen? Wir können theoretisch hier, was ist alles nur Deko? Fahrgeschäft können wir noch gar nicht machen. Also, wenn Sie so machen können, sind echt, ne? Hier, ein Getränkeautomat, ne? Und da zahlen Sie auch so gut wie nix für, ne? Ist egal, da endet der Weg aktuell, das heißt, wir werden da auf jeden Fall nochmal ein Getränkeautomat und eine, und ein Klo hinstellen, so. Sim, viel Spaß im Dixi-Klo. So, erstmal ganz kurz hier, Sim, Zam, Zom. Auf alle übertragen, das ist ja alles eine Frechheit, ne? Ganz kurz mal schauen hier, zahle ich gerne. Na, ich kann es aktuell nicht ändern. Ich hoffe, dass die das hier annehmen, dass die da reingehen, weil er bleibt genau vor dem Mülleimer stehen, da war der Opa, ne? Hier, ne? Zieh dir mal ein, ja, geh mal ein Pipi machen und trinkt sie, ne? Auch besser. Super. Aber es schmeißt da nicht irgendwo mitten auf dem Weg, ne? Weil hier steht ein schöner Mülleimer, Kollege. Der nächste steht hier, okay. Ist eine weite Strecke, gestehe ich dir zu, ne? Aber ich hab Geldsorgen, guck mal, 2500. Ein Gottfreund, ich glaub, das wird keiner, ey. Aber wie soll ich das sonst machen? Die Leute sind alle voll, irgendwie im Ausrasten. Jetzt hier keine Massenveranstaltung auf dem Klo. Freunde, 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 alles ruhig, alles easy, ne? Jeder für sich. Äh. Ich glaub, da sind wir noch, ich glaub, mit dem Dixi-Klo können wir noch einzigen Stellen. Scheint ja ganz gut zu laufen, mit dem Dixi-Klo, ne? Wenn wir da noch mal ein Zehnballern, ne? Ja, komm. Gehst du da rüber? Na, super. Was kostet dem Klo eigentlich? Dem Klo kostet, was kostet dem Klo? Neun Pfeifen, ja, ne? Gut, ne? Mit Klo kannst du richtig Asche machen, ne? Das ist ein Klo-Simulator hier, ne? 2016, ne? Coole Sache, das. So, wir sind bei 2005, das ist pendelt aktuell. Nur ich kann halt keine Tiere mehr kaufen, ne? Das kann ich erst wieder machen, wenn es ein bisschen besser läuft. Insofern, na, Kollege steckst du den Kopf da durch den Zaun. Ist das irgendwo vernünftig so? Bis zum Streiche zu, ja. Hat aber Spaß, ne? Geht ihm gut, ne? Mehrartgenossen, das kann ich nicht, ne? Das kann ich nicht ändern, ne? Hier ist doch, ne? Mir geht's prima, super. Okay. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das, sagen wir mal, kohletechnisch schaffeen soll. Das ist mir ein echtes Trätsel, ne? Ist das euer einziges Problem, ja? Die wollen nur mehr Artgenossen. Jetzt mal ganz kurz, guck mal, das Ding, das stört mich. Wir können das nicht verkaufen. Wir können das gesamt verkaufen. Und das können wir nicht verkaufen, ne? Okay, doch, jetzt können wir das verkaufen. Wum. Und ich hoffe, ich kann das noch Zaun nachkaufen. Zim, zamm, zamm. So. Flupti. Wuppdi, so. So sieht's auch schöner aus, ne? Und das machen wir sowieso noch ein bisschen anders, weil wir müssen das Ganze noch größer machen, weil 15 Dinger kriegen wir da nie unter von den Visans. Das geht nicht, ne? So. Na, haben wir damit an, das ist ein, mein Schlamm, Moment, du bist ein, ne Kuh. Im Nu, ne Kuh, du bist auch ne Kuh. Ja, mit drei Kühe wittert mit den, mit den Poppen, ne? Schon möglich, aber mit dem Nachwuchs könnte das ein bisschen eng werden. Ich guck mal, ob die noch irgendwas auf lau zu schießen ist, ne? Ne, ist aktuell nichts zu machen, Freunde. Das ist bitter, ne? Und wir sind, wir gehen immer höher in die Miesen. Oh, Gott, oh Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso liegt hier schon mehr Flaschen rum? Also, Freunde, der Müllmann, lass mal auf Onkel Müll, Onkel Müll. Ich nehm nicht mal ganz kurz, hier, die Wuppdi. Gehst mal ganz kurz bitte hier hin. Machst du mal ganz kurz sauber, her. Wobei, wenn man, wenn einer noch auf lau ist, immer noch umsonst, Lohen 10, Lohen 10, Lohen 0. Geile Sache, das. Lass mal auf, dann nehmen wir dich nämlich mal. Und, flupp. Wann umsonst, ne? Das sind ehrenamtliche, ne? Die kann man immer gut nehmen, ne? Das ist voll wichtig und so. Okay, der macht den Müll einmal leer, ne? Super. Gefällt dir, gefallen dir die CB aus, denn mir geht's prima. Was ist dein Problem? Mir geht's prima, allen geht's prima, ne? Nur mir nicht, weil die Kohle dauernd weiter wächst, ne? Mal ganz kurz mal gucken, hier. Was ist denn am teuersten? Baumaßnahmen. Gut, wir haben viel gebaut. Verwaltung, Parkeintritt, 15. Ja, da kommt halt nicht viel rum, ne? Mitarbeiterkosten sind halt 90, ne? Okay. Was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Und die Wiesen gehen immer höher. Verdammte Kacke. Wie ist das? Ist das noch angemessen? Ganz kurz mal schauen. Hier komme ich wirklich günstig rein. Das heißt, den können wir, glaube ich, auf 5 erhöhen. Das würde schon mal echt eine Menge bringen. Komm, zeig' ich an. Was ist jetzt hier, ne? Preise okay mit 5. Komm, komm einer rein. Hier, gut, Dach. Hier ist voll cool, hier, ne? Ey, ihr müsst bei uns in den Park kommen. Aktuell kommt keiner. Was? Reinigungskraft, neue Fähigkeit. Super, Alter, du hast es drauf. Cool. So. Du willst mehr Bäume, ne? Da steht einer, ne? Ich gebe zu, nicht wirklich gut gepflegt, aber ich komme aktuell nicht so aus der Nummer raus, ne? Jetzt sagt man, wie ist das hier? Ist das jetzt okay? Ist das zu teuer, oder was? Was genau ist das? Freund, ich muss, ich brauche Informationen, ne? Informations. That's what I need some information. Where did you come from information? Ja, dem Klo könnten wir ja gleich nochmal einen dazu ballern, ne? Das ist irgendwie, ne? Das machen wir auch hier, ne? Klo ist ne gute Sache. Die hat er direkt am Eingang Klo, ne? Das erfreut die Kunde, ne? Können Sie beim Reingehen und beim Rausgehen, ne? Alles wieder da lassen, ne? Wird das sofort angenommen, das ist cool. Kommt mit einem Auge mal auf die Kohle. 2527, okay, es geht ein bisschen runter. Ist den Zebras eigentlich kalt, wobei wir haben gerade Oktober, dem ist sogar eher zu warnen, okay? Ok, da haben wir nochmal so ein bisschen, äh, gut, gibt's eventuell schon wieder einen Biesen auf Lau. Aber ich glaube, wenn ich so weit in den Wiesen bin, kann ich nicht mehr, nicht mal umsonst einen klar machen, ne? Das Ganze hat das ein bisschen paradox mit 2500 Mise, okay. Okay, das sieht noch gut aus, ne? Und machen wir eine Gazelle. Hier, ihr siehst ihn. Okay, da ist auf jeden Fall ein Nachwuchs theoretisch möglich, ne? 2004, okay, wir gehen immer ein bisschen tiefer, das ist eine coole Nummer. Aber wir dürfen halt aktuell nichts kaufen, ne? Und ich kann nicht noch nicht updaten, erst bei Park Level 2. Hm, 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 hm. Kann ich denn ein bisschen Savantengas kaufen, hier so ein kleines Tüpfelchen für den Kollegen? Ist noch irgendwer am abmämmen, ja, die müssen alle am abmämmen. Alle am abmämmen. Sie mämmen an. Weniger als 3000, oh Gott, oh Gott. Freunde. Ja, die Kampagne ist natürlich dann richtig krass. Ist ja auch die letzte, ne? Ist die letzte Kampagne dieses gesamten Spiels. Hm, aber die ist natürlich auch ziemlich hart, ne? Und vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wie ich das wuppen soll, ohne da irgendwie großartig was zu kaufen. Und wenn wir mit einem einzigen Gehege anfangen, dauert das immer Jahrhunderte, bis wir da irgendwie halbwies auf den grünen Zweig kommen, ne? Und wir brauchen auch alle Sachen. Wir brauchen Gärtner, wir brauchen Onkels. Wir brauchen Müllmänner. Ja, wir brauchen alle voll wichtig, die ganzen Leute hier, ne? Was, warum bist du am Abmämmen? Kind, was ist los, ne? Parkdeko, du stehst hier mitten in der Wüste. Was willst du damit? Parkdeko, immer hast du den wie ein... Parkdeko, mir Parkdeko, bla bla bla. Okay, wir sind wieder runter, aber das ist natürlich alles so eine Sache. Deswegen mal ganz gut, das ist jetzt hier mit einem Eintritt. Ist ja angemessen, ist der zu hoch oder was ist mit dem? Komm, Freunde, ich brauche Informationen, es gibt mir ja Infos. Wenn du das jetzt hier auf den Boden wirfst, da ist ein Mülleimer. Da ist noch einer. Sag mal, ey, du bist doch wohl ein bisschen bekloppt im Kopf, ne? Hier, Onkel. Also, ey, sowas, ne? Das... Da, die sind ja nicht mal voll. Wie, die... Mülleimer? Öh, bist du blind oder blöd oder was? Ist ja unglaublich, ey. Was hier mit dem Mülleimer? Cool, ihr gehört. Guck hier, der Kleine. Der kriegt's hin. Und die Oma, ne? Und die, wir kommen zwei Schritte, komm ich nicht. Ich geh erstmal pissen und schmeißt die Flasche auf den Boden. Verdammte, Kacki, ey. Wenn ich sowas dann, boah, da krieg ich zu viel, ne? Freunde, ey, wisst du, ich bin Fahrradfahrer in Flaschen auf dem Radwegen oder sonst wo. Das ist für uns Fahrradfahrer immer ein totales Verhängnis, ne? Ich meine, ich hab einen Marathonreifen drauf, denn die halten einiges aus, ne? Aber, die sind so richtig dicke Monster-Scherben, da kommt bis zur Augen, bis zum Machtlos, ne? Der Kacki, ne? 2, 8, Mann, 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 ey. Opa, ne? Pass mal auf, ich tue dich jetzt mal hier was ganz genau beobachten. Hörst du das Zeug richtig schön in den Schädel, das ist ja auch super. Er schmeißt den weg, das finde ich gut. Opa, das finde ich total perfekt von hier. So, pass mal auf jetzt hier. Hm, wie ist der, zahle ich gerne. Ja, die haben mich, da müsste eigentlich nur einen gehen, was wir auf hier, einen machen wir dann noch. Wenn er jetzt nicht wieder kommt, viel zu teuer. Komm, Opa, zieht ihn mal für mich ein, damit ich ungefähr weiß, was hier Phase ist, ne? Ja, gerne. Ja, dann sauf der halt, Mineralwasser, kann ich's nicht ändern, ne? So, wenn wir jetzt mit 2,8 sind für eine Miese. Freunde, da ist ziemlich krass. Ziemlich krass. Ja, Jungs, wir können ja zwischendurch mal gucken, ob da irgendwo nach Watt auf Lau rumkreucht. Ich glaube da zwar nicht. Ne. Ja, Freunde, ne? Ich darf ja, glaube ich, gar keine Tiere aktuell kaufen, ne? Dann stecken wir die Köppe da durch, das ist gut, ne? Wir können ja mal gucken, ob wir dann vielleicht doch einen Bullen für 100 schießen können. Ich sagte, ist eine Kuh. Ist auch eine Kuh. Ist auch eine Kuh. Auch eine Kuh. Auch eine Kuh. Auch eine Kuh. Wie so ein Bulle, 100. Können wir, ne? Können wir nicht. Kommen wir nicht dran. Keine Möglichkeit. Können wir nicht kaufen, bis vor die Miesen ein bisschen weniger geworden sind, ne? Das ist natürlich tragisch, ne? Freunde, das ist natürlich auf jeden Fall tragisch. Mit dem Gettner ist Schümert am... Am machen, ne? Ich weiß nicht. Jetzt gucken wir direkt in das Heißgerät rein. Boah. Aber das mit den, mit den, mit den, ähm... Onkels hier scheint zu funktionieren. Der kommt da rein, der kommt hier rein. Die Sachen sind noch voll. Einen Dock haben wir hier auch drin stehen. 2700. Tja. Mal dem, Leute, aktuell hängen wir im Skin durch, ne? Leute, saufen es mal ganz kurz. Jetzt sagt mir doch, wie ist das denn mit der Limonade? Keine Reaktion zur Limonade. Dann noch ein Klohäuschen aufbauen. Ja, weil da stürmen sie eigentlich ganz gut rein, ne? Da steht das Schlange. Hier, da ist auch noch eine, ne, Freunde? Wir haben mehr als ein Klo. Das ist jetzt nicht unbedingt schön, ne? Aber wenn es irgendwann ein größerer Kloß gibt, dann verbimmeln wir die sowieso wieder, Leute, ne? Irgendwann im Parklevel gestiegen sind, ne? Das sind aber unsere Getränkautomaten laufen gut, ne? Gewinn 99, ja. Ist jetzt nicht die Mega-Welten, aber der ist auf jeden Fall schon ein bisschen, ne? Ja. Ja, Mottchen, da hast du gut gemacht, ne? So, gehört sich da, ne? Schön wegschmeißen, ne? Okay, die Klos werden echt gut angenommen. Klar, diese aufwandelig erst, ne? So offensichtlich die Uke voll, dann wissen sie es wieder raus, ne? Dafür sind diese Einrichtung echt praktisch. Ich glaube, wir machen nur einfach mal, das gefällt mir so gut hier mit den wunderbaren Dixi-Klo, ne? Es ist nun einmal so, es macht mir Spaß im Dixi-Klo. So, hier habe ich gerade gekauft, hier ist frisch, gehst du drauf, Kind? Oh, nee, es muss warm, die Brille muss warm gesessen sein, sonst ist das Volk nicht zufrieden. Er ist unglaublich hier. Die Leute, das ist einfach unfassbar, so, was sagt jetzt hier, die, kommt gar nichts, wir machen, haben es auf 5 gemacht. Gut, wenn die Zuschauer weniger werden, diese Besucher, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da irgendwie was ändern. 2.900, ich weiß nicht, wie wir da gucken sollen, vorne, ohne Scheiß. Ich weiß mal Pause, ich weiß nicht, wie wir da hinkriegen sollen, vorne, echt, ohne Scheiß. Kann durchaus sein, dass wir die ganze Spiel nochmal anfangen müssen, weil, wie was der Misere wieder rauskommt, Park Level 1, das ist nicht so ganz leicht, ne? Aber wir gehen natürlich nicht auf, wir spielen so lange weiter, ne, bis es dann tatsächlich seinen Sinn verloren hat. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Dann sag ich jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem, wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Runde, Freunde, halt euch, ciao, ciao und geht immer wieder ins Zoom. Ihr sagt, äh, Spielkind, 45, ne, ciao, ciao. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Vielen Dank.